Willkommen zurück hier zu Let's Play Mario Kart 8. Wie immer mit mir, dem Mario Kart Ben. Ja, wir haben in den letzten Parts uns dem Spezialkup oder dem Special Cup gewidmet, wie ihr sehen könnt. Leider haben wir das nur auf Silber geschafft, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal vielleicht sogar noch besser hinkriegen und in der Hoffnung noch einen Stern zu bekommen. Ich würde sagen, dass wir diesmal uns selbst spielen. Da können wir uns auch eine Figur aussuchen und wir nehmen, weil es so schön ist, die Zelda-Ausrüstung. Weil es ja auch Zelda als Lieblings-Videospiel-Reihe habe und das auch Let's Play. Gut, Wistik ist, dass wir ein wirklich gut beschleunigendes Motorrad haben. Naja, die Knochenmühle ist vielleicht okay. Bärchenbolide, wilder Wiggler. Lass uns den mal probieren. So, okay, da haben wir, ja, Tempo ist halt gut, aber Beschleunigung geht so. Es würde fast sagen, dass wir, vielleicht das Blatt nehmen, es mal ausprobieren. Naja, wobei, es würde schon sagen, wir probieren mal mittleres Tempo, also die Triforce-Räder. Und dann dazu noch, ja, die Wolkenballons. Ich denke, das ist okay, um es mal auszuprobieren. Und wenn es, dann halt auch nicht, ne? Aber gut, dritter Versuch. Heute müsste es klappen, hoffe ich. Und wenn es, dann auch nicht so schlimm. Es hat ja, wie gesagt, eigentlich versprochen, immer drei Versuche. Ne? Aber wenn es halt nichts wird, dann ist es auch okay. Dann muss man damit leben, ne? Also, die Wolkenstraße. Streng das an. Es geht los. Weil wir haben den Vorteil, dass wir eigentlich restschnell sind. Und das heißt, eigentlich dürfte da nicht so schnell was passieren, klar. Aber wenn man sofort aus der Bahn gedriftet wird, wie soll man dann auch erfolgreich sein? So. Meine Güte, das fängt ja erst gut an, ne? So, komm her. Na ja. Oder zumindest ist unser Ziel, dass wir erster Platz werden. Egal wie. Und wir kriegen das schon irgendwie hin. Alles klar, perfekt. Wenn wir einfach Ristis driften, dann wird es sicher nicht so das Problem. Okay, bis jetzt sieht das ganz gut aus. Sehr schön. Alles klar. Sehr nice. Und unser Vorsprung ist auch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, diesen beizubehalten, dann sieht das für uns in der ersten Runde gut aus. Aber wie gesagt, das kann es natürlich schlagartig ändern, ne? Deswegen Nist zu... Nist zu vorfreudig sein. Noch ist Nists entschieden. So. Und auch hier ist es immer, wissig, früh um die Ecke zu gehen. Damit wir auch rüberkommen. Weil wir sehen schon, wir werden schon von Madame Peach eingeholt. Und das ist natürlich saublöde. Das wollen wir natürlich nicht. Aber gut, das gute Tempo zahlt es aus. Ne? Wir machen ja erst den ersten Platz. Perfekt. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir es diesmal gebacken. Mal sehen. Werden wir uns anstrengen und uns dran halten. Okay. Die nächste Strecke müsste sein, die... Keine Ahnung. Okay. Nimmt auf, alles klar. Die knochentrockenen Dünen. Sehr schön. Die sind immer so ein bisschen kurvig. Kurvig, das ist so das Problem, was ich so ein bisschen blöd finde. Aber gut, auch da werden wir schon unsere Methode herausfinden. So. Alles klar. Einfach gut um die Kurve kommen. Dann hat man da schon mal den Bonus. Perfekt. Ja. Sehr schön. Ja. Ich glaube, das war immer so mein Grundfehler, den ich in den letzten Parts gemacht habe. Das ist einfach ein zu... Eng... Das ist einfach ein zu... Ähm... Wie soll man es beschreiben? Ein zu langsames Kart genommen habe. Wow. Peach. Naja, komm. Das kriegen wir auch noch irgendwie eingeholt. Das sieht nicht gut aus. Hey, was mache ich denn? Junge. Jetzt fahre ich das um die Ecke. Okay. Sieht immer noch ganz gut aus. Wir probieren mal, um zu bleiben. Nur diese Strecke ist halt immer besonders doof. Aber gut. Wir haben es geschafft, ihn einzuholen. Sehr schön. Alles klar. Und um die Ecke. Und wir haben sogar Vorsprung. Mal wieder, ne? Alter, er ist gut. Alter, wieso Knall ist immer gegen diese... Ecke, ne? Das darf nicht wahr sein. Nein! Was war das? Scheiße, ey. Scheiße, Junge. Junge, halt ist dran. Bitte. Wir kriegen das hin mit den Sternen. Da bin ich mir sicher. Das ist eine echt gute Kombination. Und je schneller die Fahrzeuge, umso besser. Wirklich. Auch wenn sie manchmal ein bisschen blöd driften. Das gäbe es ja zu. Aber ja. Alles klar. Drei, zwei, eins. Go! Okay. Ja. Wenn man am Anfang natürlich kein Item bekommt, dann klar, dann kann das ja auch nix werden, ne? Mann, ey. Alles klar. Okay. Sehr schön. Wir sind gut am Einholen. Naja, aber so darf das natürlich Mist enden. Ne, wir brauchen ein besseres Item, definitiv. Hier sieht das ganz schlecht aus. Ey, Junge, was machst du denn? Alter. Mein Gott, normal. Nein. Jetzt schön oben bleiben. Was? Wir sind schon wieder dritter Platz. Kann doch nicht wahr sein. Nein, vierter sogar. Och Mensch. Was mache ich denn? Okay. Okay. Perfekt. So um die Ecke bleiben. Okay. Das war ein guter Manöver. Und jetzt mach den Nist kaputt mit solchen Aktionen. Alles klar. Das war ein guter Manöver. Das war ein guter Manöver. Aber jetzt leiste dir keinen Fehler. Komm, du kriegst das hin. Nein, das darf nicht passieren. Okay. Noch sind wir erst da. Und wir haben das gebacken. Perfekt. Okay. Bleib weiterhin auf dem ersten Platz. Wir kriegen es hin. Das ist eine saugute Fahrzeugkombination. Und die müssen wir behalten. So wird's was. Boah, ey. Okay. Regenbogenboulevard. Da wird's jetzt am anstrengendsten. Aber gut. Alles klar. Drei. Zwei. Eins. Go. Ja. Hier ist nämlich die Kunst, dass man einfach restzeitig driftet. Möglichst um Mist aus der Kurve zu fliegen. Und so geht das natürlich nicht. Ja. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja. Deswegen sage ich es. Ne. Special Cup im 200er ist schon eine Nummer. Die man erstmal können muss. So. Okay. Alles klar. Ja. Äh, was mache ich denn? Okay. Wir landen sogar hier. Das ist gar nicht mal so übel. So. So. Perfekt. Okay. Ja. Manchmal macht es auch Sinn, dass man... Ja. Was war denn das jetzt? Ja. Da kann es natürlich immer so ein bisschen in die Hosen gehen, ne? So. Ach, Mann. Was mache ich denn? Junge. So kann es doch nichts werden. Mann, ey. Alter, was mache ich denn? Okay. Ich glaube, so schlecht war es tatsächlich noch nicht und bleib auf deiner Position. Okay. Junge. Okay, es geht's auf. Wir haben... Wir haben sowas von verloren, ne? Ja. Wieso kommt auch kein fucking Item, ne? Okay. Doch jetzt. Alles klar. Ja, was bringt mir ein goldener Pilz, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Was bringt mir ein goldener Pilz, ne? Rein gar nichts. Okay. Wir haben es verkackt. Wir haben es sowas von verkackt. Nein. Was mache ich denn? Jetzt voran. Zehnter Platz, ne? Das ist ja erst der Kack. Wie konnte das passieren? Jetzt haben wir schon wieder keinen Stern. Ich glaube es, Nist. Oh. Och, Mann. Na gut, wie gesagt. Drei Versuche. Nist mehr. Beim nächsten Mal werde ich es vielleicht nur noch kurz einblenden, wie es dann einen... Ja, ich glaube ich werde jetzt einfach beim nächsten Part einblenden, wie ich es dann den einen Stern hole, weil ich glaube, das macht einfach keinen Sinn, das Ganze jetzt noch offscreen zu zeigen, beziehungsweise, ja. Deswegen hoffe ich, es hat euch trotzdem gut gefallen. Wir werden ab dem nächsten Part definitiv einen neuen Cup starten, weil es macht natürlich jetzt keinen Sinn, jedes Mal es zu versuchen, aber es klappt einfach nicht. Und jetzt... Ich glaube, es wird auch noch mal kurz sein. Das ist nicht geil. Endless, ey. Endless habe es es nach vielen Versuchen geschafft, auch im Special Cup zumindest einen Stern zu erlangen. Und der Trick ist dabei eigentlich, dass man auch mal abbremsen muss. Auch wenn man das Risiko eingeht, mal überholt zu werden. Es ist einfach wissig, vor allem auf der letzten Strecke auch mal ein bisschen abzubremsen. Es ist immer so scharf zu driften, dann fliegt man auch nicht aus der Kurve und dann ist man auch nicht so schnell letzter Platz. Ja, gut, dann hätten wir das für heute auch schon wieder gelöst. Naja, immerhin haben wir jetzt drei Versuche gebraucht oder einen vierten, den es noch offscreen gemacht haben. Jetzt habt ihr die Erfolge alle eingeblendet. Und ja, deswegen, ich denke, es haben wir den Special Cup an der Stelle auch abgeschlossen. Dann werden wir uns beim nächsten Part auch den anderen Cups entsprechend widmen. Ja, ich hoffe, es hat es gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ihr freut euch auch hoffentlich auch auf mich. Ich sage an der Stelle, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschau.